Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Was kann ich für Sie tun? Na, das ging ja doch ganz flott, junger Mann. Hallo, mein Name ist die Seklin die Große, wie klein. Ich weiß, es ist ja beinahe Hoffnung, bloß bei Ihnen noch ein Kärtchen zu erkattern. Guten Tag, hier ist die Karte noch deines Ballastteatlas. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag, hier ist die Zahnarzt, macht sich stiller, am Apparat leichter. Ich rufe an für die Karten für Frau Doktor, am 17. November dieses Jahres. Aua, es ist aber ärgerlich. Wissen Sie, ich bin zum Tarnärzt, die Gugrecht in der Stadt und werde bis ca. 40 Uhr bei den Vortrag schreien involviert sein. Neu, 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 Frau Hunger, da hätte ich's Zahndäubli aber ganzer Arbeit sein. Klotin, gestern der Geburtstag von Christopher, das war ne coole Party, was? Sag mal, wann bist du denn nach Hause? Nach Hause? Na, gleich nachdem wir getanzt haben. Ich, ich habe dir doch tschüss gesagt. Getanzt? Außerdem, nach der Sache mit heute Nacht hat sich das mit uns sowieso erledigt. Ich sag dir mal zu, das ist echt nur ein Missverständnis. Ja, außerdem deine Affäre damals mit dem Typ aus dem Fitnessstudio. Affäre? Du stellst mich hin, als wäre ich, als wäre ich ein Flitzchen. Das war keine Affäre, sondern eine Beziehung. Und ich habe dir gleich nach den ersten vier Wochen gesagt, dass ich die beiden Beziehungen erstmal parallel führen muss, um zu schauen, welche mich davon mehr erfüllt. Ja. Och, Omi, wie läuft's denn so im goldenen Herbst? Na ja, wie soll's schon laufen? Bei den meisten lauwarme Stützstrümpel, oder? Ja, du, Ben, pass mal auf. Ich muss dir auch leider sagen, dass wir uns gegen dich entschieden haben. Das hat uns zwar ganz allen ganz gut gefallen, was du da gemacht hast, aber war ich doch irgendwie ein bisschen lauwarm, ne? Und irgendwie auch viel zu klein. Gerd, was gibt's? Mit der Kreubchen. Montag ist ein Tag in der Kandine. Komm, wenn? Mittag, was ist es? Zwölfe. Ja, das stimmt schon. Ich bin ein riesiges Metastagieriges Geschwür im Hinterkopf. Ich sehe schon ganz verschwommen. Zurück, zurück, zurück. Ups. Zwei neue Buhnenarbeiter zu Buhnen, please. Ordne, schnall dich wieder an, da hinten. So zwar raus, aber Kirmes. Oh, warte, warte, ich muss doch kacken, ne? Das ist doch egal. Pink. Pinker, da machst du mit himmelblauen Stickereien. Ich bin doch so ne kleine Stickstute. Oder was halten Sie von Funny Home 2500 Weekend-Tarif? Keine Anschlussgebühr, keine Mindestvertragslaufzeit, keine Kosten für SMS, keine Telefongebühren und keine Verbindung. Das ideal maßgeschneiderte Angebot für arme Schlucker wie Sie, Herr Lust. Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Ich bin 280-Bund-geballter Klackkaufer. Ich hab schon auf Bühnen gestanden, da träum ich sie von Pauzen, Dübel, Kinn, Ritsch. Und nur die wichtigsten zu nennen. Ich dachte, du bist auch so ein langweiliger Schauspieler, bei dem die Leute im Theater sitzen, mit so einem G'si. Und dafür wollen wir unsere Multitaten schenken, zum Wort dafür, dass die Arme schlägt, weil die sich das so sehr wünschen gehen. Ich danke meinem Pupupu. Meinem Pupupu. Meinem Publikum. Und meiner Mumu. Meiner Mumu. Meiner Mutter. Ja, schönen guten Tag. Fahrkartenkontrolle. Also, der lachet ja die Lüder. Also, verbal einfach ausgedrückt. Ficken als Knechtscher. Ja, das ist Nonpuniat. Ja, das ist nie. Vielen Dank.